Tag 32 So, das war jetzt ganz schön knapp, mein lieber Schilly Und ich habe nichts bekommen Das war ein Reinfall Sehr müde Du bist immer noch deprimiert Leicht krank Es ist mir egal, was ich vermisse Opa Ja, das glaube ich dir Du bist leicht krank, das ist nicht gut Genau, redet nochmal miteinander Und mir haben wieder was gefangen, sehe ich gerade Das finde ich gut So, bist du fertig? So, wie geht es denn dir? So, du gehst nochmal was spielen Dann legst du dich mal hin 11 Grad haben wir es, ja, passt Sehr müde, hungrig Was brauchen wir jetzt, ist die Frage Die Dinger upgraden, hätte ich gesagt Wir brauchen wieder ein Haufen Material Halt da hin Das Teil brauchen wir Ein paar mal Elektrikteile, okay Die Spitzerkiste haben wir auch noch nicht Und die, ach, die Tür wollte ich mal bauen 15 Holz, 20 Baumaterial Hm, können wir Alkohol herstellen Ja, wenn wir Mal ein paar Bücher öffnen Leg dich das Bett Äh, zweimal Gehst du hin, du sollst ins Bett Hab ich gesagt Alkohol ist immer gut zum Handeln Vor allem bei den Soldaten Das sollten wir uns merken Hm Das ist wieder nur 10 Grad Wir brauchen dringend das Holz Okay Dann leg dich mal hin Du erholst dich, das passt Kannst dich auch da hinlegen Das ist kürzer Okay, dann nicht So, da kann man eigentlich schon wieder den Tag beenden Wohl, wir können noch warten Bis da Alkohol durch ist Vielleicht Dann können wir das dann zum Handeln Das nächste Mal nehmen Obwohl, eigentlich müssen wir da ja nicht warten Also, wir brauchen dringend Holz Große Menge Waffenmedikamente Das Ruscha-Haus, was war da? Teile, Lebensmittel, große Menge Medikamente Ach, da waren die alten Leute, glaube ich Da gehen wir nicht hin Das Krankenhaus müssen wir nicht Gehen wir nochmal in das kleine Wohnhaus Nehmen die Axt mit Gehen blöder Hier starb einst Bruno Dummerweise Hier können wir mal den Dings zerschlagen Holz Holz Yeah So, hier habe ich ein bisschen was eingelagert Ah, hier ist noch jede Menge Holz Und Alkohol Und Waffen Machen wir das mal so rum Hat da auch noch was drin? Oh, der ist noch abgeschlossen Okay Geht mir der Dietrich Ach stimmt Da oben war ja auch noch eine verschlossene Dingens Alles ne Da noch Soll ich mir jetzt echt mal aufschreiben Was wo zu finden ist Was ich mitnehmen muss Das vergesse ich immer Gehen wir noch was zerschlagen Ja Ganz viel Holz So, das Ding ist ja bestimmt gleich kaputt Siehste Wo ist das da? Ich muss schon mal eine neue Axt machen Voll Einmal alles ausleeren Und den Rest einsammeln Alles nehmen Da war nix Äh Da auch nicht Da oben war glaube ich noch der verschlossene Raum Genau Da kommen wir nicht durch Da haben wir Säge und Dietrich Oder eine Brechstange Das reicht ja eigentlich So, Brennmaterial kann man auf jeden Fall mal mitnehmen Ah, hier waren auch noch Teile Brennmaterial Brennmaterial Alkohol Holz Ja Das sieht doch gut aus So Jetzt können wir wieder raus Passt Ah, halt mal da rum Sehr schön Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020